Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am 22. Oktober 2019 sind über 6.000 Landwirte nach Bonn gefahren. Sie haben auf einer der bisher größten Kundgebungen gegen die Agrarpläne der CDU-Agrarministerin protestiert. Ja, das hört die CDU ungern, es ist Ihre Agrarministerin. Heute, drei Monate und viele Proteste später, sind wir immer noch meilenweit von einer bauerfreundlichen Politik entfernt. Allen voran macht sich die Nestle-Agrarministerin Klöckler immer noch zur Erfüllungsgehilfe der BUND-Umweltministerin Schulze. Eine verschärfte Düngemittelverordnung wider dem gesunden Menschenverstand, weitere Einschränkungen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und eine massive linksgrüne Umverteilung von EU-Agrarsubventionen. Und das, das muss auch noch gesagt werden, mit freundlicher Unterstützung der NRW-Landesregierung und ihrer grünen Umweltministerin, Frau Hein-Esser. Wer die Landwirte ernst nehmen möchte, und offensichtlich sind wir immer noch die Einzigen, die das tun, dann müssen wir auch über die Themen Düngemittelverordnung, Pflanzenschutz und insbesondere EU-Agrarsubventionen sprechen. Und für Herrn Rösser anscheinend auch noch über Protektionismus. Nitrate gehören zu den wichtigsten Grundbausteinen und Nährelementen in der Lebensmittelproduktion. Die Nutzpflanzen nehmen diese Grundbausteine auf und wandeln diese durch Photosynthese in lebenswichtige Proteine um. Eine ausreichende Versorgung der Nutzpflanzen mit Nitraten ist für das Pflanzenwachstum und zum Schutz der Bodenfruchtbarkeit ganz einfach unverzichtbar. Wie der Name schon sagt, es sind Lebensmittel, also Mittel zum Leben. Wir brauchen sie und die Pflanzen brauchen entsprechend die Nitrate. So unterschiedlich die Böden sind, so wenig hilfreich ist ein einheitlicher EU-Grenzwert in ganz Europa für Nitrate. Das Problem, was hier also von der Politik geschaffen wurde, ist ganz einfach künstlich erzeugt worden. Bis heute fehlt hier der wissenschaftliche Anspruch bei der Beurteilung der Nitratbelastung. Ein aussagekräftiger Gesamtwert für die Nitratbelastung, den man auch mit anderen Bundesländern vergleichen kann, existiert einfach nicht. Und anstatt mit dem Finger auf die Landwirte zu zeigen und wie die FDP von nebulösen Zukunftschancen zu schwadronieren, sollten erst einmal die Probleme der Gegenwart beantwortet werden. Und das sind, Herr Rüsse, rein politisch zu verantwortende Probleme, die Sie alle hier zu verantworten haben. Und anstatt diese Probleme zu lösen, wollen Sie jetzt in der Enquete-Kommission einfach mal ein bisschen darüber reden, damit die FDP die Bauern versucht abzugreifen, die von der CDU mittlerweile genug haben. Aber das werden die Bauern nicht machen, denn sie sehen, was sie von der FDP haben. Sie wissen es. Und deshalb im Antragstitel wird von gesunden landwirtschaftlichen Betrieben gesprochen, Herr Dickow. Von welchen gesunden Betrieben, die nicht erst hohe Investitionen wieder einfahren müssen, spricht die FDP eigentlich? Es gibt gerade im landwirtschaftlichen Raum einen Flächenbrand. Und jeder landwirtschaftliche Betrieb wird von ihrer und auch von der FDP-Politik gegängelt. Die Agrar- und Umweltpolitik der EU ist an einem irrsinnigen Punkt der Überregulierung angelangt. Und die Laschet-Parteien sind auch bereit, die Landwirte für ihre Klimaideologie zu opfern. So heißt es in dem FDP-Antrag, auch die Landwirtschaft muss selbstverständlich einen Beitrag leisten. Natürlich zu den Pariser Klimaschutzzielen. Wenn es die Chinesen schon nicht machen, die US-Amerikaner, die Russen und so nicht, dann müssen es halt die deutschen Landwirte machen. Vielleicht müssen die Kühe dann einfach weniger Methan ausrülpsen oder so. Ich weiß nicht, wie Sie das meinen ansonsten. Nach außen mag sich die FDP gemäßigter geben als die Grünen. Aber sie träumen mittlerweile von den gleichen Umverteilungsfantasien und beten ebenso die Heilige Greta und die Church of Global Warming an. Gleich viermal hat die FDP in ihrem Antrag sich selber als Partner der Landwirte gelobt, wenn es sonst schon keiner macht. Vielleicht meinen Sie, dass man eine Fantasievorstellung nur oft genug wiederholen muss, damit sie zur Wahrheit wird. So recht glauben, dass die FDP ein Partner der Landwirte ist, können wir nun wirklich nicht. Wer zeigt sich denn uneinsichtig, wenn landwirtschaftsfremde Spekulanten reiheweise Ackerflächen aufkaufen? Das sind Sie von der FDP. Seit über zwei Jahren stehen Sie schon in der Regierungsverantwortung. Wir haben nicht gesehen, überhaupt nicht gesehen, dass Sie sich ernsthaft für die Landwirtschaft einsetzen. Das Spielchen mag vielleicht auf der Bundesebene mit der One May Show Lindner ein ganz klein wenig funktionieren. Nicht aber hier in Nordrhein-Westfalen. Denn hier steht die FDP noch in der Regierungsverantwortung. Es gibt viel zu viel, wofür die Landesregierung kritisiert werden kann. Schlussendlich geht es jedoch uns darum, hat der Landwirt etwas davon oder nicht. Wir glauben, dass sich die Gegner der Bauernschaft nicht mehr so leicht wegducken werden können, wenn wir die Landwirte als Sachverständige hier in den Landtag einladen. Wir werden unseren Auftrag als einzige konservative Oppositionspartei selbstverständlich auch in der Inquettkommission zur Landwirtschaft wahrnehmen. Und wenn ich die Reden hier gehört habe, dann ist es dringend nötig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bleck.